Greenpeace, Brot für die Welt, Ärzte ohne Grenzen und der WWF. Sie alle gehören dazu. NGOs gehören zu den bedeutendsten Akteuren der Politik, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Was NGOs genauer ausmacht, wie sie sich untereinander unterscheiden, welche verschiedenen Betätigungsfelder es gibt und was an ihnen kritisiert wird, das alles erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Non-Governmental Organizations, zu deutsch Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, sind Gruppen, Verbände oder Institutionen, deren Mitglieder gemeinsame Interessen und Ziele verfolgen. NGOs sind sehr vielfältig, haben jedoch alle gemeinsam, dass sie nicht gewinnorientiert ausgerichtet sind und unabhängig von Staat und Regierung handeln. Im weiteren Sinne zählt fast jede Form des Zusammenschlusses mehrerer Menschen dazu, sowohl Bürgerinitiativen und Gewerkschaften, als auch Arbeitgeberverbände, die Kirchen und sogar Sportvereine. Zumeist verwendet wird der Begriff NGO jedoch für Interessengemeinschaften, die sich gesellschaftspolitisch und sozial engagieren. Typische Betätigungsfelder sind beispielsweise der Umweltschutz, Menschenrechte oder die Entwicklungshilfe. Zudem solltest du wissen, dass NGOs auf lokaler und regionaler Ebene genauso tätig sein können, wie auf nationaler und internationaler Bühne. Die Hauptthemen der meisten NGOs sind diese stetig ausweidende Globalisierung und die entfesselte Marktwirtschaft, die von der Mehrheit dieser Organisationen skeptisch betrachtet wird. Auch der wachsende Einfluss großer multinationaler Unternehmen wird häufig kritisiert. Nichtregierungsorganisationen werden in zwei Gruppen aufgeteilt, in dienstleistungsorientierte und in politische NGOs. Die dienstleistungsorientierten NGOs haben den Selbstanspruch, durch Aktivitäten und Leistungen das Gemeinwohl zu fördern. Politische NGOs hingegen verfolgen das Ziel, ihrem konkreten Anliegen möglichst viel Aufmerksamkeit zu verschaffen, es somit auf die politische Tagesordnung zu setzen und letztendlich bestmöglich umzusetzen. Zwar kommt es bei dieser Unterteilung auch zu eindeutigen Überschneidungen, etwa beim Thema Umweltschutz, jedoch lassen sich beispielsweise die Entwicklungshilfe klar der Dienstleistungsorientierung und die Menschenrechte klar der politischen Orientierung zuordnen. Die wohl bedeutendsten Betätigungsfelder, von denen du unbedingt mal gehört haben solltest, sind folgende. Erstens der bereits angesprochene Kampf für die globale Umsetzung der Menschenrechte. Die weltweit größten NGOs sind hierbei Amnesty International und Human Rights Watch. Deren Arbeit hin und wieder auch im Zusammenhang mit journalistischer Berichterstattung auftaucht, wenn es beispielsweise um Menschenrechtsverletzungen in Kriegsgebieten geht. Zweitens und aktuell extrem im öffentlichen Fokus Gesundheit. Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und das Rote Kreuz sind auf der ganzen Welt aktiv, um Menschen in Not medizinisch zu unterstützen. Drittens Umwelt- und Naturschutz. Auch hier gibt es zahlreiche Organisationen, die diverse spezifische Ziele verfolgen. Beispiele wären hier Greenpeace, die besonders für ihren Kampf gegen die Zerstörung von Urwäldern und Aktionen gegen den Walfang bekannt sind. Und PETA, die weltweit größte Tierrechtsorganisation. Ein weiteres bereits angesprochenes Betätigungsfeld ist die Entwicklungshilfe. Bekannte Beispiele hierfür wären die Friedrich-Ebert-Stiftung, die international vielfältige Bildungsarbeit leistet, und das Hilfswerk Misereo, das sich besonders für Entwicklungsfortschritte in der dritten Welt einsetzt. Dazu kommt das große Thema Frieden. Organisationen wie die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die 2017 sogar den Friedensnobelpreis verliehen bekamen, setzen sich international für friedliche Konfliktlösungen den Abbau von Spannungen und die Reduktion von Kernwaffen ein. Zudem stellt der weltweite Einsatz für Gleichberechtigung und den Ausbau von Frauenrechten ein bedeutendes Arbeitsfeld dar. Das Aktionsbündnis gegen Frauenhandel und die Organisation Feminist Peace sind nur zwei der zahlreichen Beispiele, wie sich an verschiedensten Orten für mehr Frauenrechte eingesetzt wird. Auch die zu Anfangs bereits angesprochene Kirche ist Träger einiger bedeutenden NGOs, wie das bereits genannten Misereo-Hilfswerk, aber auch der Caritas und der Stiftung Brot für Welt. Die angeführten Beispiele zeigen zahlreiche Organisationen, die sich für das Gute einsetzen und die Welt verbessern wollen. Doch werfen wir einen Blick auf die Schattenseiten und schauen wir auf die bedeutendsten Kritikpunkte, die an NGOs geäußert werden. Erstens mangelt es NGOs an demokratischer Legitimation. Aufgrund ihrer Größe und Reichweitung haben einige der Organisationen international großen Einfluss, wurden jedoch von niemanden gewählt. Auch innerhalb mancher NGOs mangelt es an demokratischer Struktur. Dazu kommt das Problem der Spendenfinanzierung. Der Eigenanspruch, regierungsunabhängig zu sein und somit den eigenen Zielen ungehindert folgen zu können, resultiert in der Abhängigkeit von Spenden. Somit werden besonders kleinere Organisationen schnell von einzelnen Spendern abhängig, die dann leicht Einfluss üben können. Außerdem sind NGOs dazu gezwungen, viel Aufmerksamkeit zu generieren, um neue potenzielle Spender anzuwerben. Um Aufsehen zu erreichen, wird oft bewusst provoziert oder übertrieben, teils auch im illegalen Bereich. Zudem kritisieren einige Wirtschaftsverbände wie der Bundesverband der deutschen Industrie, dass in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich zwischen Wirtschaftsvertretern und Engagierten in NGOs unterschieden wird. Das sei, so die Wirtschaftsverbände, nicht gerecht, da beide Seiten lediglich ihre eigenen Interessen vertreten würden. Dazu kommt die Kritik, dass einige NGOs, beispielsweise Amnesty International, großen Einfluss auf den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hätten. Da einige NGOs viele Jahre auf dessen Schaffung hingearbeitet hatten, gründeten 2006 ca. 2000 Organisationen die Koalition für den internationalen Strafgerichtshof. Sie fungieren so als Beratungsgruppe und können gewissen Einfluss auf die Ausrichtung des Strafgerichtshofs ausüben. Die Bedeutung von NGOs in der internationalen und regionalen Politik ist unbestreitbar. Ihre Anzahl nimmt jährlich zu, besonders im Bereich des Umweltschutzes kommt es zu vielen Neugründungen zivilgesellschaftlicher Interessengruppen. Der philanthropische Ansatz, mit denen sich viele NGOs gründen, ermöglicht es im politischen Geschehen, eine Stimme der Moral und Gerechtigkeit zu sein. Viele NGO können in ihrer Historie auf zahlreiche Gerettete leben, den Schutz von bedrohter Tier- und Pflanzenwelt und die Stärkung der Menschenrechte verweisen. Damit leisten sie einen großartigen Beitrag zu einem besseren und nachhaltigeren menschlichen Zusammenleben, Damit der Einfluss Einzelner auf ihre Ausrichtung nicht zu groß wird, sind sie auf diverse private Spenden angewiesen. NGOs sind keine demokratischen Instanzen und einige überschreiten Grenzen, um Medienaufmerksamkeit zu erlangen. Trotzdem haben sie einen bedeutenden Platz von lokaler bis internationaler Politik inne, da sie sich für vielfältige Themen von großer Bedeutung einsetzen. Interessieren euch bestimmte NGOs konkret? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.